Oh Mist, hab ich die Schilder ausgehabt, das war voll doof. Fuck. Alarm, Alarm. Hüllenbruch auf Deck 5, 7, 8, 9, 10, 11 und bis 100. Wie viele Crewverluste? Mitteilung Ende. Achtung, hier spricht der Käpt'n. Oh Gott, der Käpt'n, ich hab' gehört, er ist der Beste. Willkommen an Bord der Superflotte. An Bord aber, das ist die Flotte, wir sind auf unserem Raumschiff. Schweig! Ich bin der Beste Käpt'n. Ah, oh Gott, wir sind im Hyperspace, willkommen zu Starsektor. Das ist natürlich jetzt doof. Abdrehen! Boah. Die hab' ich total vergessen, diese Würmer. Ich weiß gar nicht, wie wir die nochmal entdecken können. Wir müssten die eigentlich mal erkunden, wo die langführen, weil ich glaub', die sind bei jedem Start neu. Die Hyperwürmer. Ich versuch' hier mal ein bisschen automatisch durchzuwurscheln, sodass wir nicht immer durchs Gewitter fliegen. Ja? Ich versuch's tatsächlich mal. So. Zufrieden. Ach, guck mal, es geht bis hier hin. Ähm. Was ist denn da? Wenn man hier draußen irgendwo flotten sieht, ist direkt... Keine gute Idee. Abdrehen, abdrehen! Ich wiederhole. Nein, wir werden reingeschleudert! Wir sind dran vorbei! Das gibt's doch nicht! Was ist denn jetzt los? Das gibt's doch nicht. Alter, guck mal, wie groß die Flotte ist. Nee, das brauchen wir nicht probieren. Wir laden. Wir laden. Oh ja. Tut mir leid, aber ich hab' auch Blödsinn geflogen gerade irgendwie. Da, guck. Schon wieder. Ach nee, ich hab' den Kurs nicht gesetzt. So war das. Guck mal, das... Aber eigentlich kann man das sehen, wo das lang geht. Das wundert mich gerade. Ah. Constellations. Ah, das ist noch praktisch. Und das ist was, äh, was erforscht wurde, was nicht. Aber ich hab' jetzt keine Zeit für Ausflüge zu anderen Systemen. Ich will nämlich nicht leerlaufen hier. Shuttle 2 Repairs Complete. Alter, guck mal, wie unser Sprit drunter geht. Distress Call? Angst Star System. Von da. Kann aber auch eine Falle sein. Also, äh... Ne, man kann das auch selber machen, aber dann lockt man halt auch Piraten an, oder was? Ist halt immer so eine Sache. Ah. Nein, wir wollen nicht raus. Das ist doch unser Ziel hier. Okay, los geht's. Alter, warum haben die mich hingeschickt? Das ist bestimmt voll übel. New Planet Data. Hier können wir verkaufen. Das ist das Coole. Warum ist die Musik hier so gruselig? F5. Ist wie Doom 3 spielen damals. F5. Umdrehen. F5. Nachladen. F5. Ich hab' Meta geschafft. F5. Ich hab' Taschenlampe wechseln. F5. Das war immer furchtbar. Taschenlampe. Was hab' ich gehasst? Also, weißt du? Spiele, die darauf setzen, dass du möglichst ganz kleinen Lichtkegel hast und ich meine, wir wissen, LED-Lampen heute, ja, wir sind noch weit von der Zukunft entfernt, wie ein Computer spielen, leuchten so viel aus. Da wartet man, wenn ich das so ein bisschen. Ja, wir sollen so'n Datenpaket finden. Perform Survey. Machen wir jetzt auch. Ach, du Scheiße. Nee. Das ist ja krass. Nee, lass mal. Seit wann ist das denn so teuer? Das haben wir schon geschafft. Okay. Es verbraucht doch dann diese 80, ne? Ich bin mir nicht mehr so sicher, deswegen hab' ich grad' ein bisschen Angst. Aber es läuft ja nicht weg, das Scannen. Das kann man immer noch machen. Raus hier. Oh, hier sind auch noch Satelliten. Halte. Oh, sehr schön. Aber wir haben auch genug, aber trotzdem nur. 55 Prozent. Vier Maschinen aber verloren. Aha, 41 von dem Zeug. Hier müssen wir mal gucken, wo wir es hinbringen. So, wo sollen wir hier hin? Oh nein, jetzt müssen wir irgendwas scannen. Furchtbar. Mission given by bla bla bla. Recover an Instrument Package from a probe in Delta Valderum System. Ja. Super Frage. Und wo? Ah, da ist irgendwas. Mining Station. Oh, geil. Oh, geil. So ist das immer gut. Yo. Oh. High Scatter Amplifier. Mod Spec. Beam Weapon Deal. 10 Prozent. 10 Prozent. Extended Range of Beam Weapons. 200. Makeshift Efficient Shield Generator. Nehmen wir alles mit. Und ein KI-Kern. Da müssen wir aufpassen. Ach, das war's schon. Und nochmal. 1500 Erz. Wir haben jetzt sinnlichen Reichweite. Sind wir überladen? Jo, wir sind überladen. Das kommt raus. Tut mir leid. Sind wir immer noch überladen? Krass. Ne, das ist noch gar nicht. So. Okay, tut mir leid. Das muss sein. Guck, jetzt sind da jetzt nur so Frachtcontainer. Das ist ziemlich cool. Okay, jetzt müssen wir zurück. Schade, wir hatten auch hier keine Überraschung oder so. Wir brauchen noch mehr Frachtschiffe. Weißt du, mehr so mit so Waffen dran. Die im Notfall dann mithelfen. Wir können auch ein pures Frachtschiff holen. Ich gucke mir mal an, welches denn am schnellsten ist von den Frachtern. Ach, wir haben wieder ein Level. So, jetzt gucken wir mal. Also, Bulk Transport. Mehr Cargo Capacity. Fuel Capacity. Und Personal Capacity. Salvaging. 50% mehr Ressourcen. Post-Battle Salvage. Und Crew lost in Non-Combat Operations. 5% Ship Repair Rate outside Combat. Damage Taken, Recover Ships. Blablabla. Ah, das ist... Hier, Reduce is Fuel Consumption. Das ist das hier. Das dauert noch. Und das hier. Die beiden brauchen wir. Ne, warte mal. Ich weiß gar nicht, wo das mit den Supplies ist. Fangen wir erstmal damit an. Weiterhin kommen wir eh noch nicht. Das hätte ich auch das Eisenerz beständig mitnehmen können. Nein, Schrotti. Oh nein, wie soll ich jetzt nah durchkommen? Arty, was ist los? Bist du am Bellern? Wow. Distress Call von Delta Gillard Star. Delta. Sollen wir mal gucken gehen? Oh mein, das ist bestimmt eine Falle. Das ist bestimmt eine Falle. Ja, was ist jetzt los? Das ist Beta Gillard. Ich will da nicht hin. Ich will da hin. Das ist doch da. Ah. Ist eine Falle, ist eine Falle. Ich weiß ganz genau. Accept request. Thankful it's also showed up. Our tanker had an excellence. Fuel left to get back to the core world. We need 80 fuel. Wir kriegen 12.000 credits. No need for payment. I'm not one to gorge someone when they are down. Okay, wir sind mal nett. Ich glaube, das ist nicht mehr genug. I'm sorry, we don't have enough. Ach komm. Ja, ich habe selber nicht genug. Aber egal. Komm, wir machen das mal. Es gibt bestimmt irgendwie beim Neutralen mal Bonus. Ja. Improve by 20. Das hat sich gelohnt. So schnell nach Hause. Hilf. Die kommen bestimmt zurück, um uns dann zu retten. Weißt du? So ungefähr. Nein, wir haben noch 31. Hey, wer zählen kann, ist klar ein Vorteil. Raus, 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 raus. Was ist los? Was ist los? Ich verstehe das nicht. Er dreht da völlig durch immer. Er macht das halt nicht. Er will immer da rein. Ach, ich habe kein Fuel mehr. Scheiße. Ich werde da reingezogen? Ist die Anziehungskraft so krass? Hä? Warum Inner System Jump Point? Ich meine, kann ich hier rumfliegen? Haben wir irgendwo Schrott? Das ist eine Flotte, glaube ich. Was soll das denn jetzt sein? Jetzt sind wir. Okay. Dann warten wir mal. Das war schon die Zeit wert eigentlich. Das ist halt gar nichts. Aha. Ah. Sind das die Prospector? Es sind die gleichen. Und die geben jetzt, ich kriege 80.000, 20.000, ja. Und ist wieder gestiegen. Ja, aber es lohnt sich doch. Schnell nach Hause. Ist das denn, ist das doch auch neu, dass man da angezogen wurde, oder? Ich meine, das war nie so. Oder ich habe es nie mitbekommen, weil ich da mal direkt geladen habe. Weißt du was? Ich muss jetzt einfach dann. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Sehr gut. Ich mag die Dinge eigentlich gar nicht. Ich finde das ein bisschen doof mit diesen Wurmlöchern. Es wird wieder knapp. Wir müssen einfach bei Eggman anhalten. Ich glaube, sonst schaffen wir das nicht. Ah, ich habe es geschafft. Ich war in Reichweite. Sehr schön. Das sind auch Tritachionen. Dann können wir mal gucken, wieso die... Oh, wird schon eng hier. Fünf, vier, drei, zwei, eins, blühen. Ab zur Sonne. Dazu geschafft. Sehr gut. Ach, Mann. Ach, ach. Ach, ach. Das ist ja Sprit hier nicht Geld, sondern gilt. Geld. Oh. Langsam, bitte. Und wenn man das nochmal... Wenn man S drückt, fliegt man langsam mal durch, sodass man nichts rammt. Ich habe einen KI-Kern dabei. Scheiße, ich habe einen KI-Kern, aber die hassen KI-Kerne. Aber den kann ich gut benutzen, wenn ich eine Station habe oder so. Gamma Core. A gamma level AI core is capital of supporting most human endeavors. Das ist das Problem. Ich werde mich bestimmt durchsuchen. Na, ist doch illegal hier. Ja. Ich bräuchte eigentlich eine Station. Ich verkaufe den jetzt mal. Bäh. Kann ich den hier verkaufen? Das ergibt doch keinen Sinn. Vielleicht ist das ein verschiedener anderer Kern. Weil, ich meine, wenn ich den hier verkaufen kann, das sollte ja gar nicht funktionieren. Ich behalte es mal. Ich werde es ja sehen. 180 pro Stück. Und wir können es im Argus-System... Nee, im Argus-System... Beim Katana können wir es kaufen. Für 100. Und verkaufen können wir es dann hier für 180. Das ist ja auch ein guter Deal. Das ist mal weg damit. Hier, Nova Maximus. Können wir es für 162 verkaufen? Ja, ich glaube, das ist eine gute Idee. Teuerer Spaß. Ja, wo ist denn jetzt? Achso, ich muss ins Margex-System, Trio. Ich bin auch im Margex-System. Da stand doch irgendwas von Verkaufen. Ich bleibe jetzt erst mal so. Guck mal, wie cool das aussieht, ne? Sieht sehr schön aus. So, going dark. Oh, da hat einer gescannt. 107. Ja, wir verkaufen das einfach. Ich meine, wir können es auch hier verkaufen, aber 200. Komm, machen wir nochmal richtig guten Bier hier. Nee, halt. Ich bin doch nicht blöd. Haben wir immer noch 55.000. Aber so. 681 Stück. Und verkaufen. Wir fliegen jetzt ins Aslan-System nach Chitumaztok. Ich meine, wir können es auch hier verkaufen. Da kriegen wir noch 10 weniger an dem System, wo es erlaubt ist. Und es ist nur der Ludwig Pass. Der interessiert kein Schwein. Also Al-Gabba, würde ich sagen. Al-Gabba. Das Dreckt hier. Gabba-Gandalf. Ins Al-Gabba-System. Ah. Ah. Neu hinsetzen hier. Äh, Turn-Transponder on. Genau. Dankeschön. Das hat mich ein bisschen verwirrt. Was ist doch? Tritachion-System. Ach so. Ne. Ich habe hier gar nichts. Ist eine Abandonation. Ist schon krass, ne? Haben die das erobert? Politik-Path. Politik-Church. Wer interessiert sich schon für die? Oh. Das war klar. Oh. Und schon bin ich heimlich hier. So. 142.000. Dankeschön. Was haben wir denn hier noch so? Guck mal. Hier gibt es die für 512. Aber die haben gar keine Sensoren. Weil die so blöd sind. Ähm. Fleet. Bye. Was haben die denn hier so? Ah. Die haben diese coolen, äh. Diese coolen Skins drauf. Ja, das ist schon. Ja, ich weiß nicht. Das ist alles jetzt nicht so. Unfassbar toll. Wir können noch einen Shuttle kaufen. Und wir wollen den Shuttle spammen. Das wäre schon ziemlich cool. Die Dinger sind schon nicht ohne. Diese Gremlins. Komm, wir holen noch einen Shuttle. Oder wir holen so einen Hound. Ach, wieder Combat Frachter. Drone Tender. Das war eigentlich auch nicht schlecht. Ich meine, die Dinger halten ewig hier, ne? Ich finde die aber blöd. Mäß zu sein. Hier ist noch so ein Frachter. Ja. Nimm mal einen davon mit. Die kann man auch im Kampf einsetzen als Bullet Sponge, wie man so sagt. Jetzt hat man noch gar keinen Kampf, ne? Aber ich will jetzt ja eigentlich kämpfen. Wie viele Punkte brauchen wir? Vier. Ich würde mir gerne noch einen Meerhapun da draufsetzen. Heavy Mortar. Light Machine Gun, Light Machine Gun, Light Machine Gun. Restore. Ja, kostet nochmal 50.000. Aber haben wir alles. Ich muss hier bald mal umsortieren. Wie ging das denn nochmal? Ich habe es vergessen, ne? Ach ne, was war ich? Ich habe es nicht vergessen. Ich wusste, wie es geht. Ja. Damit können wir schon besser fahren, glaube ich. So, und jetzt, ja, jetzt sind wir wieder pleite. Ach wohl, 76.000. Jetzt kommen wir wieder zur Dingenskolonie. Müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen Sprit kaufen. Weil das ja so schön günstig ist. Ich kann nicht gucken, wo ich das verkaufen soll. Ich wusste, wo. Ich habe es aber vergessen. Oh, oh. Oh, Mist. Nix. Okay, schnell weg hier. Und gut. Tschö, ihr Lappen. Ach du Scheiße, wir müssen mit denen los. Ludig Pilgrims. Guck mal. Neutral. Aber auch so ein Lappen. Okay. Galatea. So, jetzt sind wir, ne? Mann, ich will das unbedingt testen. Das gibt es doch nicht. Das hat 42.000 XP. Wir müssen uns halt mit Piraten prügeln. Pirate Base, nein. Pirate Base will ich nicht machen. Da Personal Bounty. Ja, das kannst du vergessen. Viel zu weit. Ich kann ja auch mit den Funken, glaube ich. Ich muss nicht hinfliegen. Ich habe das aber nie gemacht. Okay. Ich weiß gar nicht, warum ich das jedes Mal mache. Weiß gar nicht, ob das überhaupt anfängt. Scientific Object Retrieving. Scientific Object Retrieving. Ist aber auch wieder ein Stück. Aber nicht so weit. Der liegt Artefakt. Okay. Ring System ist noch viel weiter. Nein, das kümmern wir nicht mal an. Die haben halt keinen Laden hier. Das ist halt so unfassbar. Hier oben ist diese Station. Die ist verlassen, ne? Ne, ist auch independent. Oh, ich habe keine Supplies mehr. Das heißt, die Combat Ragnons geht in den Keller. Alter, ist das so übel. Ich muss nur mal gucken, wo das genau ist. Ja, hier ist der KI-Kern verboten. Da in Thule oder im Margex-System. Da müssen wir eh ungefähr dran vorbei. Machen wir es im Margex-System. Hatte ich die irgendwie aus der Seine verkauft? Kann das sein? 25 am Tag. Das ist nachträglich noch, ne? Ship Repairs und CR Recovery. Ach, weil wir nicht genug Crews haben. Das war das, glaube ich. Jetzt haben wir uns so illegale Crews gekauft. Super Sache. Super Sache. Jetzt haben wir noch 15.000. Das war echt nicht gut. Gut, dann noch ins Margex-System. Oh, halt. Okay, jetzt sind wir wieder fit. Das vergessen mit den Crews. Krefs. Äh... Ich muss mal gucken, zu welchem Ding wir fliegen müssen, ich hab's schon wieder vergessen. Nova-Max-Max-Max-Box-Max-Ribruzri? Ach, da ist es. Ja. Na, wenn es geht drum herum. Wolle ich in die Nova fliegen. Vergesse jetzt mal, dass ich bremsen kann, auch mit Sustained Burn. 6.000. Das ist schon ziemlich erbärmlich. Verkauf den jetzt hier. Wir sind ja gerade im Mager-Ex-System. Wir könnten noch mal eine... Ah, ist aber 150. Der Preis hat sich ganz schön geändert. Wir müssen jetzt bei der Quest bleiben. Waffen lohnt sich gar nicht. Oh Mann. Ich will töten! Aber es kostet auch Supplies. Äh... Intel. Hä? Hä? Ich dachte, das hatten wir gemacht. Das hat mir doch beides abgeschlossen. Ja, da fliegen wir halt dann nochmal hin. Oh Mann. Dann habe ich mich verhört. Ich dachte so, das war wahrscheinlich die Bezahlung oder so. Oh Mann, ärgerlich. Oh Gott, ich sehe schon wieder die Kommentare. Alter, guck mal, wie der Sprit runtergeht. Das ist so heftig. Ich glaube, wir müssen dann eher nochmal zurück und dann nochmal Sprit kaufen. Und ich muss mich von den blöden Stürmen fernhalten. Sturmis. Die Gestürmten. Na toll. Speichern. Da. Borning Beacon. Danger Level Medium. Monthly Income. Soll ich hier rein? Da war irgendwas mit so komischen Viechern. Was ist gefährlicher? Die Typen, die hinter mir sind. Ich will kämpfen, aber nicht gegen die. Alter. Unidentifizierte Flotte. Okay, was soll ich jetzt hier machen? Die kämpfen schon da oben. Da ist sie. Da ist es. Was ist denn das für ein Schiff? Können wir das sehen? Deluxe Strike Class Light Destroyer. Ich glaube, den nehmen wir einfach mal mit, oder? Speichern. Jetzt müssen wir gucken, wie wir rauskommen. Weil ich habe nichts gemacht. Ich bin friedlich. Wir kämpfen gegen diese Drohnen hier. Remnant. Genau. Daran erinnere ich mich. Aber diese... Das ist halt die Questline. Krass. Müssen aber woanders raus. Das geht so nicht. Noch ein Deluxe Chip. Deluxe Tempest Class Regatte. Achso. Aha. Ob ein Comlink. Bla bla bla. Schneeball Schnuppe. Wir probieren es mal. Ich habe ja eben... Ja, das Problem ist, wir haben... Ich meine, wir können das auch mitnehmen. Aber wir lassen es hier. Lieber hier lassen. Ich weiß ja nicht, was die können. Ich habe einfach zu lange System. Guck mal, da ist unser Träger. Da will es jetzt egal, ob wir jetzt draufgehen oder so. Hauptsache, wir haben was gemacht. Scheiße. Falsch. Ach, Vollgas. Nehmt das, ihr Alien-Abschaum. Oder was auch immer ihr seid. Guck mal, die bleiben leider nicht bei uns. Aber dafür sind die Shuttles ja da. Wie viele Raketen unterwegs sind. Nein, Shuttley! Retreat. Wie schafft es das noch? Ich habe jetzt mal die Raketen angemacht. Ja, Feuer frei! Volle Breitseite! Raketen des Todes! Laser des Todes! Ha, 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 ha! Oh, Mist, ich habe die Schilder ausgehabt. Das war voll doof. Fuck. Alarm, Alarm. Hüllenbruch auf Deck 5, 7, 8, 9, 10, 11 und bis 100. Wie viele Crewverluste? Äh, Mitteilung Ende. Ach ja, keine Sorge. Das war die Schuld des Feindes. Taktische Meisterleistung. Nein, Shuttley treibt da rum. Feuer! Äh. Ist noch irgendwo einer? Geil. Consider Ship Recovery. Ah, wir haben Shuttley verloren. Ja. Guck mal, das kostet halt einen Storypoint. Das verstehe ich halt nicht. Das muss einfach zurück. Dafür gebe ich doch keinen Storypoint aus. So, wir müssen hier raus. Ah, Administrator Chemie Duncan. So, ist die Quest jetzt soweit fertig. Return to the Galatia Academies. Gucken wir mal. Wird da noch hinkommen. Wir haben noch 308 Spritz. Ich glaube, wir müssen eher nochmal hier hin. Ich glaube, wir haben sonst ein Problem. Wir fliegen lieber nochmal zum... zum Kanan-System. Und ich will nicht am Sprungpunkt rausspringen. Weil wir haben ein ziemlich cooles Schiff, glaube ich, jetzt gekriegt. Ja, wir haben nämlich so ein richtig cooles Hightech-Schiff bekommen. Ist das jetzt von Tritarion oder so? Oder ist das von Frar? Das müsste doch irgendwo stehen. Warte mal. Ja, es ist ein menschliches Ding. Auf nach Hause. Ja, jetzt hat man wenigstens nochmal ein Battle, oder? Aber wir sind gut aufgestellt, glaube ich. Die Shuttle ist eine super Idee, um Schiffe zu kiten. Wir kaufen einfach jetzt immer mehr Shuttle. Ich muss den Shuttle eigentlich mal produzieren lassen. Ich glaube, wir werden... Vor uns ist es so ein Remnant. Genauso schnell wie wir. Ah, ne. Piraten. Piraten? Ja, ich weiß. Das kostet alles ständig Zeug. Aber dann können wir auch jetzt direkt... nach... Gally... Gallyblödi. Spritzus ist noch da. Na! Wir weichen aus! Na, naja. Ein bisschen. Ach, komm schon. Das macht es halt auch nicht besser. So, warte mal, kann ich jetzt? Wir müssen es ja hinbringen. Wir übermitteln ja keine Daten. Alter, guck mal, unsere Sprit wieder. Wir müssen jetzt hier bei Arcadia anhalten. Wir haben keine andere Wahl. Irgendwo da, wo direkt die Station ist, haben wir irgendwas Neutrales? Nee, ne? Da, Nomos. Independence. Fliegen wir lieber nach Nomos. Naja, da ist halt das. Egal, gucken wir uns das mal an. Speichern. Ist mir egal. So, dann brauchen wir Greff. Boah, ist echt toll. Teuer, toll. 42 sind schon richtig teuer hier. Warte mal. Wir haben fast genug Crew. Das ist doch egal. Dann ist die Copy-to-Readyness ja total in Ordnung. Damit kann man arbeiten. Das ist die Independent-Welt. Können wir noch mal nach den Drogenpreisen gucken. Nach den Handelspreisen des Weltmarkts. Ist wieder, ja, kann man wieder wenigstens was machen. Dann würde ich halt wieder nach Margek zur Kanta Dens Pirates kaufen da ein. Der Rest interessiert einen halt nicht. Guck mal, ist da Pille-Palle. Schrott. Schrottikus. Können wir wissen, wie das jetzt mit dem Survey ist. Mit unserem Tool. Ob das jetzt billiger ist oder nicht. Weil da steht. Ach, oh, siehst du? Da muss ich noch die Ordnanzpunkte verteilen. Und Restore müssen wir das auch. Dafür haben wir aber einfach nicht genug Punkte. Ja. Reduziertes. Desto größer das Schiff ist. Oh, so einen großen Savage-Super-Schiff. Gibt's, glaube ich, aber nicht. Also man, man, äh, ne? Wir leben hier von der Hand in den Mund. Quasi. Von der Hand in den Mund. Jetzt im Kino. Jetzt im Kino. 11.000. Los, gib mir Geld. 18.000, Gott sei Dank. Was machen wir? Ach, du Scheiße. Machen wir aber. Ohne viel lamentieren. Ask about Pogging and Technology from Pirates. Lol. Ask the Ring System Scan. Ist das auch irgendwie da oben? Nein. Wir müssen doch die eine Quest erledigen. Ah. Ne, machen wir erstmal nicht. Gut, liebe Leute, machen wir erstmal hier Schluss. Das war ja sehr aufregend. Wir sehen uns wieder. Nächste Folge bei, ähm, Sternensektor. Ihr seid die Besten. Danke fürs Zuschauen. Und bis dahin wie immer. Nicht vergessen, kommentieren, abonnieren und Däumchen da lassen. Das hilft mir sehr. Los. Haut rein. Und bis dahin wie immer. Vielen Dank.